Auch das kommt vor. Rackata. Ja was geht Leute, mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Skibbidi Bibab Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz Bubbidi Bibabu Fibbidi Bibabu Podcasts. Guten. Bro. Bro. Was ist denn los? Also nee warte. Was ist denn? Erstmal. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Zu dem Song, den ich immer noch nicht gesehen habe. Achso. Der ist jetzt draußen. Ja. Aber ich habe den noch nicht gesehen. Ich muss ihn jetzt einfach gratulieren und vielleicht ist der Song voll scheiße. Oh. Na dann kommt einfach die Folge nicht raus. Du kannst entscheiden. Ah okay. Wenn der Song scheiße ist, kommt einfach die Folge nicht raus. Okay das heißt, falls diese Folge draußen ist Leute, ist das ein Certified Banger. Das heißt, zieht es euch rein. Der Link ist bestimmt wieder unten in der Infobox. Habt ihr wahrscheinlich sowieso schon getan, aber zweites Mal schadet nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und falls es nicht draußen ist, dann wisst ihr nichts davon. Aber wir wissen es dann und sind so voll traurig. Wir können uns dann treffen und zusammen traurig sein. Also es ist ja auch nur deine Meinung, weil du entscheidest, ob der rauskommt oder nicht. Also du wärst dann quasi nicht mit mir traurig. Das heißt, er hat gesagt, deine Meinung ist mir scheißegal. Der Grund übrigens, warum Aria den Song noch nicht gehört hat, ist, weil wir aus zeitlichen Gründen vorproduzieren mussten. Das heißt, letzte Woche haben wir auch schon gesagt, Aria hat den Song noch nicht gehört und es ist jetzt gerade der gleiche Tag immer noch. Ja, genau. Das heißt, Aria hat immer noch nicht den Song gehört. Ja, das ist nicht so, ah, eine Woche später, ich hab immer noch nicht. Weil das wär schon krass. Das wär, ja. Leute würden sich Fragen stellen. Ja, zum Beispiel. Warum hat er es noch nicht gehört? Ja, das ist eigentlich die einzige Frage. Die einzige. Aber jetzt mal abgesehen davon, ich denke mal, wir werden vielleicht nochmal ein bisschen mehr darüber reden, wenn es was darüber zu reden gibt. Es sei denn, du willst noch was dazu sagen? Also, wie gesagt, nur, ich weiß ja nicht, wie der Song ankommt gerade. Deswegen. Weil wir jetzt gerade einen weirden... Vielen Dank, Leute. Ey, danke für den... I don't know. Also warte, ich kann ja mal einfach beide Versionen aufnehmen und für den Fall... Du sagst einmal so, fuck you guys. Genau, also warte, ich mache erst die schlechte Version. Alter, ich finde das richtig scheiße von euch, wie ihr meinen Song nicht sofort habt. Nee, äh, und dann noch, ich nenne die gute, ey, vielen Dank, dass ihr den Song sofort gesagt habt. Und wir können... Ist keinem was und... Eigentlich wollte ich sagen, wir schneiden die eine raus, aber ich glaube, wir lassen einfach beide drin. Ja, okay. Könnt ihr euch selber raus. So hast du einfach... So können beide gleichzeitig existieren. Ah, Schrödingers, äh... Kommentar. Schrödingers, Kommentar. Aber ey, mal anderes Ding. It's aliens down there? Was? Hast du das, also... Haft zu lügen. Haft zu lügen, Gablon. Es gibt aliens? Wait a second. Nee, nee, nee. Legen wir nicht falsche Wörter in meine Münderung. Du hast wortwörtlich gerade gesagt, das sind keine falschen Wörter. Das war eine Frage. Ah. Also was ich gesagt habe, ist, hast du so mitbekommen, was so in letzter Zeit abgeht? Mit den Aliens? Was? Das geht gar nicht. Okay. Okay. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mitbekommen, was mit den Aliens abgeht. Also, guck mal. Ist eine andere Frage, ob ich denen glaube. Den Aliens? Nee, dem würde ich glauben. Okay. Der Regierung. Ich bin niemand, der denkt, dass es unmöglich ist, dass es Aliens gibt. Ich denke sogar an außerirdisches Leben. Also, ich denke so nachts, sitze ich am Fenster und ich denke an dich. Außerirdisches Leben. Nee, aber. Warum ist ein Musical draus geworden? Keine Ahnung. Also, ich glaube, dass außerirdisches Leben höchstwahrscheinlich existiert. Ich habe nur keine Meinung dazu, ob sind die schon hier und wie lange schlafen die schon unter unserem Bett und keine Ahnung. Unter unserem Bett? Ja. Vielleicht sind die Monster ja Aliens, die vor den Kindern mal Angst haben. Ah. Gar keine Geister und Dämonen und so einen Scheiß gibt es gar nicht. Sowas ist richtig höhenlos. Wait a second. Du willst mir sagen, dass es mehr Sinn macht, dass es Geister und Dämonen gibt als Aliens? Es macht viel mehr Sinn, dass es Aliens gibt als Geister und Dämonen. Das ist eine interessante Unterhaltung. Scheiße, weißt du, was die Kacke ist aber? Ich kann nicht mal den anderen Stangenpunkt einnehmen. Ich bin auch der Meinung, es macht viel mehr Sinn. Oh Leute, ich habe die Sache gefunden. Warte, lass mich kurz überlegen. Ah shit. Ich habe es zu sehr herausgefunden. Okay, warte. In der Geschichte der Menschheit, ja, gibt es diverse Erzählungen über verschiedene Arten von Geister. Gibt es aber auch über Drachen in jeder Kultur, unabhängig voneinander, ohne Kommunikation. Eben, das heißt, Drachen sind auch viel realistischer als Aliens. Danke, dass du mir mehr Argumente gibst. Und so Dämonen sind ja nur so die Stiefgeschwister von Geister, das heißt, wenn es Geister gibt, gibt es auch Dämonen. Warte mal, das heißt, wenn du nicht so denselben Dad hast, wie ein Geist, dann wirst du ein Dämon. Aber wie entscheidet sich wer da? Das hast du nicht durchgedacht. Nee, habe ich auch wirklich nicht. Ich habe auch gerade einfach, einfach was gesagt. Wirklich so, manchmal kann ich auch einfach etwas sagen. Ist in Ordnung. Lass mich mit dir durchgehen. In fast jeder Kultur gibt es so einen Dschinn, den Spuk, den unsere Vorfahren, die ich, wir, wir, I'm pulling it here, man. Du hast mich überzeugt. Ah, okay, geil. Okay. Dementsprechend könnte es Geister geben. Das war deine Rede für, nein, es ist viel wahrscheinlicher, dass es Geister und Dämonen gibt als Aliens. Achso. Und du hast so dein Plädoyer beendet mit, und deswegen wäre es vielleicht möglich, dass es Geister gibt. Na, ich dachte, ich muss jetzt nicht mehr weiterprobieren, weil du schon gesagt hast, ich bin überzeugt. Ah, okay. Du hast deine Mia right there. Ja. Na, warum sollte ich noch mal weiterprobieren? Einfach gedroppt. That being said, ich glaube viel mehr an Aliens als an Geister. Jedenfalls, nachdem wir das klargestellt haben, kann es geben, aber ich habe keine Theorie darüber, weil ich auch keinen Anhaltspunkt darüber habe, sind die schon hier und sind wir überhaupt intelligent, weil Aliens schon früher da waren und uns die Technologie so untergegangen ist. Also dafür, dass du keine Theorien hast? Nee, die habe ich gehört, das sind nicht meine. Achso, ah, okay. Ja, es gibt ja, Aliens sind schon seit Jahrtausenden zwischen uns, das gibt es als Theorie. Unter uns? Ja, was habe ich gesagt? Zwischen uns. Vielleicht sind die auch zwischen uns. You never know. Okay. Dann gibt es auch die Theorie, dass sie so jetzt, weiß ich nicht, vielleicht so seit Full House oder sowas auf der Erde sind. Keiner hat es so spezifisch gesagt, aber so. Seit Alf? Seit Alf vielleicht, ja. Das macht mehr Sinn. Dann gibt es halt natürlich auch noch die Theorien, dass sie irgendwie vielleicht so uns die ganze Zeit beobachten gerade. Ja. Die sind so im Orbit und um uns herum und hast du nicht gesehen. Also ich bin offen für, also ich glaube, die existieren. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die schon unterwegs oder was auch immer sind. Ich habe mit meiner bescheidenen Meinung, die nichts bedeutet, habe ich das Gefühl, dass man eher sie aus der Ferne schon wahrnehmen würde. Also so, es gibt ja, hier, irgendwo habe ich das aufgeschnappt, es gibt laute Zivilisationen quasi. Und das ist so, wenn die einen gewissen Fortschritt erreicht haben, dann nennst du diese Zivilisation eine laute Zivilisation, weil sie quasi aus der Umgebung wahrnehmbar sein müsste. Ja. Aufgrund der Technologie und wie weit sie reicht und was sie alles ausstrahlt und so weiter. Das heißt, du bist nicht unsichtbar. Und dann gibt es noch leise Zivilisationen. Und ich glaube, wir sind sogar eine leise Zivilisation. Also wir sind noch nicht laut genug, um quasi easy entdeckt zu werden. Also es, habe ich das bei Kurzgesagt eventuell gesehen? Also es gibt so aus unserer Milchstraße, ich weiß nicht, was das für ein Punkt war, aber eine gewisse Entfernung. Und selbst von da würdest du unsere Existenz gar nicht bemerken. Das heißt, jemand könnte in unserer Milchstraße sein und uns nicht bemerken, so wie ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls, alles beiseite. Seit Jahren gibt es so Theorien über Aliens, die schon gekommen sind. Oh, ich habe UFOs gesehen und was auch immer. Und es wird die ganze Zeit so von Regierungen verneint. Ich habe auch sowieso immer das Gefühl, es ist immer nur so eine reine USA-Diskussion. Vielleicht ist das auch die einzig interessante Diskussion und alle anderen gehen unter. Aber irgendwie reden andere Länder nie über UFOs und es werden da auch keine gesehen. Es ist immer in Amerika. Ja, du hast recht. So selbst in so Dings Day, Independence Day, alle Filme, die gehen straight zu Amerika. Ja, es gibt nie so Aliens landen in Lettland. Ja, aber nicht mal so, lass uns in irgendwo Nevada landen oder sowas, sondern so, muss schon New York City am Times Square. Ist nicht sogar wirklich Roswell in Nevada? Habe ich gerade so hart verkannt? Aus allen 50 Staaten? Warte, lass dich kurz kugeln. Ich glaube sogar ja, oder? Also Area 51 ist in Nevada. Warum habe ich Nevada rausgezogen? Nirgendwo anders landen die, nicht so Nevada oder so. Orlando. Da ist noch so Disney World und sowas vielleicht, vielleicht wollen die da auch, weil da wäre es auch dramatisch. Alle haben gerade Spaß und so und dann kommen Aliens runter, ist auch gut und ist auch ein bisschen viel Platz. Aber scheinbar, ja, so Times Square und sowas ist deren Favorite, glaube ich. Ist ja auch egal. Aber jedenfalls, es wird ja immer verneint und, und, und. Und dann gab es doch jetzt irgendwie über die letzten zwei, drei Jahre auch nochmal so ein paar Aufnahmen und dann hieß es irgendwann mal, ja, das Pentagon wird irgendwelche Akten irgendwie, keine Ahnung, offenlegen. Und irgendwie weiß ich nicht, ob es einfach an mir vorbeigegangen ist, aber man hat gewartet, gewartet, gewartet und hat sich jetzt nichts ergeben. Keiner ist um die Ecke gekommen, keiner hat uns abgelasert. Neulich, gar nicht allzu lange her, hat einfach ein, ein hochrangiger CIA-Offizier, ist zum Whistleblower geworden und hat gesagt, wir wissen sehr wohl von der Existenz von Aliens, wir haben bereits, wir haben bereits Raumschiffe entdeckt oder auch, und auch welche im Besitz Fragmente von, 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 von gefallenen Raumschiffen und so ein Shit. Und erzählt so richtig viel. Und hier ist das Ding, ich werde es nicht glauben, weil ich habe keine Beweise. Ja. Ihr könnt viel erzählen den ganzen Tag lang, ob es keine existieren oder ob welche existieren. So, ohne Beweise ist es wahrscheinlich am Ende des Tages einfach nur Manipulation und keine Ahnung, so, weißt du was ich meine, so Aufmerksamkeit lenken und Leute beschäftigen oder sowas. Aber ich fand es halt einfach super interessant und merkwürdig, dass ein CIA-Offizier laut, also laut den Nachrichten, amerikanische, so. Vertrauenswürdige Nachrichten. Vertrauenswürdige Nachrichten in Anführungsstrichen, natürlich, wie sehr kann man dem vertrauen, aber, aber ich meine die, die in Anführungsstrichen seriösen, nicht irgendwer auf TikTok. Ja. In Nachrichten, in Interviews und so weiter und so fort. Auch Interviews mit ihm habe ich angeguckt. Und ich verstehe einfach nicht, also ist er außen nicht so verrückt geworden, dass er seine gesamte Karriere, achso, weil genau, die haben gesagt, er ist einer der vertrauenswürdigsten Offiziere in der Organisation gewesen. Also, oder, ich weiß jetzt nicht so, oh, ich bin Top 5, der, mir vertraut man am meisten, aber so, er war ein sehr vertrauenswürdiger Offizier, der so, ihm waren sehr geheime Informationen bekannt, die nicht jedem bekannt sind. Und er entscheidet sich einfach, seine gesamte Karriere wegzuschmeißen und einfach... For the lols. For the meme. Hm. So, what the fuck. Ja, also... Und neulich gab es einfach ein, äh, ist irgendwas vom Himmel, auch in Amerika, ist irgendwas Leuchtendes vom Himmel gefallen und ein Polizist hat das zufällig auf seiner Bodycam gecaptured. Aha. Und am selben Abend, zur selben Zeit, bekommen sie einen Anruf von irgendwelchen Leuten, das war, glaube ich, in Las Vegas, und die haben die Polizei angerufen zu ungefähr der gleichen Zeit und gesagt, ey, etwas ist in unserem Garten gelandet und wir sind rausgegangen und da waren so irgendwie zwei Meter oder drei Meter große Wesen, die haben uns angeguckt. Und dann, keine Ahnung, waren die irgendwie weg oder sowas, ich weiß nicht mehr, was die genau gesagt haben. Und wo hast du die Info her? Die wurden auch interviewt, sowohl der Polizist als auch die Familie. Das ist, das ist mir sogar ein bisschen mehr Wayne, weißt du, was ich meine? Ja. Davon gibt's ja etliche, das kann ja auch eine Sternschnuppe oder sonst irgendwas, irgendein Fragment, was in der Luft glüht, fällt irgendwo und jetzt denkt er sich noch was aus oder so. Mir geht's viel eher einmal so um die CIA und dann geht's mir vielmehr nochmal so auch noch um die Tatsache, dass ich jetzt die NASA offiziell hatte neulich eine Anhörung zu Aliens. Und? Ich hab die mir nicht reingezogen, aber die haben, die haben, als ob ich mich jetzt hinsetze und fünf, weil wenn's Aliens gibt, dann werden wir schon alle davon erfahren, so weißt du, was ich meine? Das Ding ist, weiß ich nicht. Ja, okay, ich weiß, was du weißt. Aber wenn Beweise, sag ich mal, geleakt werden, weiß ich nicht, kann man vertuschen. Also, erstens mal einen ganz großen Schritt zurück. Ich sag jetzt nicht. Ich sag jetzt nicht. Ich persönlich würde von mir nicht unbedingt behaupten, dass ich zu 100% davon überzeugt bin, dass es welche gibt. Bin ich ganz ehrlich. 100% bin ich nicht. Ja, 100% nicht, aber so, okay. Ich halte es aber überhaupt nicht für unwahrscheinlich. Also, ich halte es sogar echt für sehr wahrscheinlich. Das ist so meine J-Art, um zu sagen, so, ich bin schon pretty on board damit, dass es das gibt. Kann das aber nicht beweisen und bin jetzt auch nicht so. Ja. Theoretisch wäre es auch voll schwer, das Gegenteil zu beweisen, muss man auch dazu sagen, ne? Das heißt. Dass es keine gibt? Ja. Ja. Weil wenn es keine gibt. Ist eigentlich fast unbeweisbar für uns mit, also, du musstest die gesamte, alles. Das Universum durch. Alles. Alles. Ich kann nicht mal mein Zimmer durchsuchen und Sachen finden. True. Aber, genau, das heißt, das ist so erstmal mein Standpunkt dazu. Wenn jetzt jemand von der CIA, der vertrauenswürdig war, in, Anfangstrichen, seriösen Nachrichten im Fernsehen davon spricht, dann ist das schon mal echt... Merchwürdig. Dann ist das schon mal eine echt krasse Sache. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal das Thema. Damals war das so ein israelischer, auch hochrangiger Wissenschaftler oder sowas. Ja. Der auch gesagt hat... Aber war der nicht so im Sterbebett? Da haben wir auch darüber geredet. Vielleicht ist es so sein letzter Troll. Ja. Das könnte sein. Aber der hat so... Der ist ein sehr junger Mann. Aha. Der hat alles noch zu verlieren. Der hat sein Leben komplett verkackt. Es wäre nicht unmöglich, dass er lügt, aber es wäre schon echt komisch, dass er lügt. Also, was wäre dann seine Beweggründe? So. Und dann ist aber wirklich das Verrückte, warum ist das nicht größer in den Nachrichten, als dass Arja mir, by the way, im Podcast davon erzählt? Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ah. Deswegen sage ich gerade, wenn es wirklich Beweise gibt, die rauskommen, weiß ich nicht, wie sehr die wahrgenommen werden dann. Das ist halt ja auch das, das ist eine Sache, die voll viele denken, ist so, die haben so lange die ganze Zeit so, es ist so unglaublich, also, weißt du, was ich meine? Unglaubwürdig gemacht, dass jetzt könnte man so sie holen und Leute sind so, weil jetzt gibt es ja auch noch so AI-Build-Generator, KI-Build-Generatoren gibt es jetzt und so ein Shit. Das heißt so, egal was du den, du müsstest jetzt diesen Alien auf Welt-Tournee so mit Drake mitschicken oder sowas, damit der so immer wieder von einer großen Masse tatsächlich gesehen wird. Nicht mal da, da sind Holographen oder sowas. Du musst die, ich weiß gar nicht, wie du bist. Holographen? Ja, es gibt ja, so, Tupac ist ja auch mal auf Coachella aufgetreten. Heißt das nicht Hologramme? Was habe ich gesagt? Holographen. Das sind so... Die, die die Hologramme erstellen, hätte ich jetzt gesagt. Ah, okay. Ich bin Holograph im Beruf, erstelle Hologramme. Ich habe nie daran gedacht, ja, okay. Irgendwer muss das... Muss das ja auch machen. Beruflich herstellen. Ja, Holograph. Ich glaube, wenn Aliens während der Fußball-WM in das Feld einstürzen würden, das wäre schon krass, da kommen die raus. So wie bei Tomorrow War, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da kommen die auch aus der... Die kommen doch voll oft auf dem Fußball- oder Baseballfeld. Nee, meistens ist es Baseballfeld. Stimmt, Baseballfeld. Weil es Amerika... Da war es aber die Fußball-WM, weil das so der... Es stimmt ja auch wirklich, das größte Event der Welt ist. Der größte der Welt ist. Ja, und die sind da... Also es waren aber keine Aliens, das waren Leute aus der Zukunft. Das ist kein Spoiler, das ist so innerhalb der ersten drei Minuten des Films. Okay. Und der Film heißt Tomorrow War. Okay, auf jeden Fall. Genau, und dann tauchen die halt genau da auf. Ja. Weil die wollten, dass die ganze Welt halt davon mitbekommt und dass jeder auch das glaubt. Mhm. Ja, würde funktionieren. Ja, okay, genau. So was könnte man wahrscheinlich machen. Weil es müssen genug Menschen mit den eigenen Augen... Richtig. Weil es ist ein riesiges Stadion von weiß ich vielen Leuten, es sind 100.000 Leute oder so, die das sehen. Plus, es wird live übertragen und es wäre schon sehr schwer zu faken. Aber es kommt auch darauf an, wie Aliens aussehen. Jetzt sind wir wieder da gelandet. Nee, aber ich meine, wir haben auch extrem, teilweise auch sehr unglaubwürdige, aber teilweise würde ich sagen, hat man auch glaubwürdige Masken, Bildnerei und Kostüme und sowas, auch ohne VFX, die man quasi in Real Life haben könnte. Also, während der Fußball-WM. Ja. Keine Ahnung. Sagen wir mal einfach Deutschland, Brasilien, okay? Einfach kommt von oben vor 100.000 Leuten aus der Luft richtig schnell einfach so ein Schiff runter. Ja. Kommt und dann geht's auf und da kommen einfach so Wesen raus, die... Wie so ein Oktopus mäßig zum Beispiel. Okay. Ja, okay. Ja, dann so, wenn es nicht ein Mensch in Kostüm sein könnte oder sowas. Aber wenn es ein Mensch in Kostüm sein könnte, glaubst du, dann würde man es nicht glauben? Na, es kommt auch dann darauf an, ob das Raumschiff mit der Landung zeigt es uns direkt, wow, das kann nie im Leben Menschentechnologie sein. Oder es ist einfach so eine große Drohne. So, oder es ist so eine große Drohne. Weil wenn es eine große Drohne ist, dann steigen da menschenähnliche Gestalten mit grünen Köpfen jetzt zum Beispiel raus und noch ein Glas obendrauf oder sowas, dass man es jetzt nicht anfassen darf sogar. Voll Kacke, weil was ist, wenn Aliens genau so aussehen? Ja. Was ist, wenn die aussehen wie schlechte Special Effects? Deswegen weiß ich gar nicht, wie gut man das tatsächlich beweisen kann. Also, der größte Beweis wäre, wenn sie uns vernichten. Glaub ich. Ja, gut. Also, wenn sie uns angreifen und wir sind so hardcore unterlegen? Ja. That's Aliens. Ja. Achso, ja, weil das sind keine anderen Menschen. Kann ja gar nicht sein. Zurück zu dem anderen. Es gibt halt natürlich so viel, was sein kann. Und ich will auch gar nicht irgendeine dieser Theorien denken, weil jede von denen ist so absurd wie die andere, aber auch vielleicht so wahrscheinlich wie die andere, aber du hast gar keinerlei Anhaltspunkt. Deswegen finde ich, es macht gar keinen Sinn für mich, eine dieser Theorien zu glauben, weil ich keinerlei Grund dafür habe, das zu glauben. Weißt du, was ich meine? Ja. So, nur weil es möglich ist. Manche Menschen sagen zum Beispiel so, kann ja von der Regierung orchestriert sein, dass die CIA jemanden schickt, der von der CIA ist und das macht, um Leute abzulenken, was auch immer für einen Scheiß so. Oder der Typ kann ja einfach Probleme gehabt haben und ist einfach ein bisschen verrückt geworden oder sowas, hatte Paranoia und war vielleicht Dings, aber irgendwas ist in seinem Leben passiert, hat jetzt Paranoia bekommen oder so. Ja. Oder die haben ihn hart geprankt, weil die ihn da raushaben wollten und wussten so, ey, wenn wir ihn immer mal wieder so, äh, schließen Sie die Tür. Während der Chef so mit so einem Wesen redet, so weißt du was. Ich meine, schließen Sie. Die müssen immer so perfekt so timen, dass so eine Alienpuppe auf so einem Tisch liegt und mit so Wissenschaftlern drumherum und dann so, okay, okay, er kommt. Und dann so immer genau, wenn er kommt, Tür zu, Tür zu. Ja. Menschen sind echt schrecklich, wenn es so um Mobbing geht. Wer sagt, dass es so mit 60 da oben aufhört? Stimmt. Und ja, wahrscheinlich werden deren Mobbing-Jokes, ich hoffe, häufiger nicht. So nationale Sicherheit irgendwie anbetreffen oder in Frage stellen oder beeinflussen. Aber who knows? Es gibt alles. Deswegen kann auch alles voll, nur weil es ein CIA-Trip gesagt hat, muss auch nichts heißen. Aber ich fand es einfach nur merkwürdig, dass das war. Dann redet auch mal die NASA darüber und schmiedet irgendwelche Pläne. Die nennen ja auch UFOs jetzt UAPs. Ja, okay, krass. Mir ist gerade so, ich habe so, ich weiß gar nicht, ob ich vorher so richtig realisiert hatte, das ist eigentlich so, wenn die da sind, wie will man uns das beweisen? Ich weiß es nicht. Also, jetzt. Die hätten vor zehn Jahren kommen müssen. Easy. Easy Ding. Alle hätten es direkt geglaubt. Jetzt ist so. Aber jetzt kannst du gar nichts mehr. Was ist, wenn die nicht aussehen wie Special Effects? Was, wenn die aussehen wie Visual Effects? Also quasi, die sehen in Wirklichkeit aus, wie computergenerierte Wesen. Ja, wow. Das glaubt ja niemand. So auch irgendwie, deren Schattierungen sind so voll falsch. Ja. So, weil die anders mit der Welt interagieren. Oh. Und die sehen einfach. Die sind aus einer höheren Dimension, deswegen fällt ihr Schatten an. Ja. Deswegen sehen die einfach richtig aus, wie so 2007 Visual Effects. Hm, wie so Hawk. 2004er Hawk. Ja, dann könnte man das nicht filmen. Es würde aussehen wie so ein Filter, den man so. Same shit, wenn es Cartoons wären. Ja. Wenn Alan einfach aussehen wie Zeichentrick. Wäre todes cool. Wenn man es in echt sehen würde? Aber ich hätte ein bisschen mehr Angst vor denen. Weil ich die, ich könnte die räumlich schlechter einschätzen. Aha. So, woher weißt du, wenn du den so in die Leber haust, bin ich schon überhaupt da? Oder wie rum ist der Strich? Man sieht auch gar nicht, wenn die sich von dir entfernen. Oder kommt der mir näher? Ich weiß es nicht. Er wird größer. Wenn du und ich uns jetzt jemanden aus unserem Freundeskreis vorknüpfen würden und sagen würden, wir wollen versuchen, ihm vorzugaukeln, dass es Aliens gibt. Ja. Glaubst du, du und ich würden das hinbekommen? Freundeskreis, ja? Ja. Also muss auch nicht sein. Wir können uns einfach auch eine random Person auf der Straße aussuchen. Wir sitzen einfach da. Ihn. Er soll jetzt glauben, dass es Aliens gibt. Ja, also, ja, okay, wenn es jetzt random auf der Straße ist, es gibt, was war dein Punkt, dass wir überzeugen, dass es was gibt? Wir müssen ihm überzeugen, dass es Aliens gibt, im Sinne von, wir machen so. Aber auf der Erde, was heißt Aliens gibt? Dass es sie gibt. Existieren, im Sinne. Ist egal, ob sie hier sind oder sonst wo. Okay, wir müssen ihm vorgaukeln, dass Aliens gelandet sind und dass sie Kontakt mit der Erde aufnehmen. Also, sie sind nicht nur gelandet und sind nicht aus dem Schiff gekommen, sondern sind auch rausgekommen und haben irgendwie mit uns in irgendeiner Form kommuniziert. Sei es gesprochen. Was haben die für Ressourcen? Die, die wir jetzt auch haben. Achso, okay. Und was ist es uns wert? Also, wir haben ja, Ressourcen haben wir ja so ein bisschen so. Also, wir könnten schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt unser ganzes Geld dafür ausgeben müssten. Stimmt. Aber, sagen wir mal so, wir benutzen jeweils 20% unserer Ersparnisse dafür. Easy Ding. Ja, glaubst du? Easy. Wie viele Ersparnisse hast du? Ich würde es dieser Person nicht sagen. Ja. Ich würde genau das machen, was wir vorher gemacht haben. Ja, ja, genau. Also, darauf will ich auch gerade hinaus. Das wäre auch wohl die schlechte Taktik. Hey, Mann, es gibt Aliens. Nee, du kannst ja versuchen, hier Videos, hier dies, das, ich habe welche gesehen oder keine Ahnung, erzählen, von einer Erfahrung irgendwie erzählen, keine Ahnung. Du kannst ja auch eine Gruppe nehmen. Du kannst ja mehrere Leute überzeugen, dass die ihnen anlügen. Ja, okay. So unabhängig voneinander, so mäßig. Das könnte man auch machen. Ja. Das kann man eigentlich noch mit einbringen, einfach. Ja, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Man muss einfach Zeit mit dieser Person verbringen. Und diese Aliens müssen so, diese Hints müssen ... Also, ich glaube, die Person muss von alleine drauf kommen. Genau, genau, genau. Ja, ja. So, dass die zu dir sagt, hey, hast du das gesehen? Ja, ja, genau. Hey, was denn? Und dann, oh, was ist das? Und dann erklärt er dir was, so ... Ja. Ich glaube, das sind Aliens. Weil das Ding ist, es ist voll schwer zu faken, weil so ein Nachrichtenbeitrag ... Sagen wir mal einen Fake, einen Nachrichtenbeitrag oder sowas ... So, sie sind eben gelandet. Sir, wir laufen jetzt nun auf sie zu und nehmen den Erstkontakt auf. Das könnte man ... Sagen wir, wir produzieren das, aber ... Also, wir können es bei ihm im Wohnzimmer zufällig abspielen, aber ... Wenn er rausgeht, dann ... Oder einmal selbst googelt. Deswegen, das ist eher sogar die Auflösung. Die Auflösung. Ja. Das kommt ganz am Ende. Ganz am Ende. Ah. Weil, solange wir ihn überzeugen wollen, ist es eigentlich wichtig für uns, dass es kein Public Knowledge ist. Ah, okay. Das heißt so, nur noch ... Und eigentlich auch noch mal ein bisschen gruseliger, wenn du der Einzige bist. Der weiß, dass es ehrlich ist. Der weiß. Und zum Schluss kann man so die Krönung noch mal aufsetzen, wenn er schon sein ganzes Leben hinterfragt. Ja. Dann kommt so auf einmal im TV diese vorproduzierte ... Ah. Da muss man aber auch sein Handy abnehmen, weil er darf es nicht googeln in dem Moment. Aber deswegen meinte ich auch am Ende, wenn er sein Handy hat und so, jetzt wollen wir es auflösen. Jetzt hat er noch das Offizielle gesehen und für zehn Sekunden kommt er auf sein Leben nicht klar, weil er jetzt sicher ist, diese Bestätigung, oh mein Gott, es wurde im TV gesagt, es gibt Aliens, wir werden sterben. Und dann googelt er und dann ist so, hä, du Penner. Was für Hints könnten wir uns aber überlegen, dass er von alleine drauf kommt? Also ja, ein Absturz wäre auf jeden Fall gut. Mhm. So, nachts sieht er irgendwie was im Himmel oder sowas. Das könnte man vielleicht mit Drohnen irgendwie machen. Mhm. Oder so, wir müssen rausfinden, wo diese Elon Musk Dinger sind, die rumfliegen. Weißt du, welche ich meine? Diese, es gibt von Tesla, nee, nicht von Tesla. Ich weiß gar nicht. Starlink. Von Starlink, danke. Gibt es WLAN, Drohnen. Also Internet. Ja, genau, aber die so durch die Luft fliegen. Ja. Und die sehen sehr alienhaft aus. Wenn man nicht weiß, was es ist, sieht das schon sehr danach aus. Ja. Man könnte auch so, ah, da ist was abgestürzt. Man geht da hin und da ist jetzt so Abdrücke von etwas. Ah. Aber Spuren, aber so, da ist nix. Ja. Man könnte halt so einen, ähm, weil wir benutzen ja 10% unserer Ersparnisse. Ja. Jeweils. Vorhin war es 20. Ah, Entschuldigung, 20% unserer Ersparnisse jeweils. Das heißt, wir hätten vielleicht das Geld um so, muss ja kein übertrieben Hollywood-reifes, aber zumindest irgendeine Art von Überreste von Raumschiff in so eine Grube zu packen. Und das brennt alles so ein bisschen. Ja. So, wenn wir ankommen. Aber so, dass es so, er nicht darauf bestehen kann, jetzt, oh, lass uns das der Regierung zeigen, weil das ist so ein wichtiger Beweis, sondern so etwas, was so, ah, wenn ich jetzt jemanden hole, werden die mir nicht glauben, das ist schon zu spät. Also wir könnten es auch machen, dass wir noch Schauspieler holen, die sich wie Agenten anziehen. Mhm. Und dass die sagen, hey, was macht ihr hier? Und dann so, oh shit, wir sind auf Privatgrundstück. Dann hauen wir ab. Ja. Und dann sehen wir von Weitem, wie die das alles absperren. Und so, mich schnappen die. Ah. Ich bin weg. Dann gehen wir zur Polizei und die glauben uns nicht, aber am nächsten Tag gehen wir hin und es ist alles weg. Ja. Das ist schon ein guter Anfang. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ich würde jetzt noch so, aber wo im Alltag würde es Sinn machen? Weil ich war gerade so, ja, wenn man jetzt, wenn die Person so ein paar Mal so ein Alien sehen würde irgendwo so. Aber im Kino so, weißt du, was ich meine? Du bist so im Kino, das macht ja keinen Sinn, dass da ein Alien irgendwo zum Beispiel sitzt oder in einer dunklen Gasse dich verfolgt. Vielleicht nicht unbedingt, dass er einen Alien sieht, aber so, dass das Autoradio von ihm empfängt, irgendwelche Frequenzen oder sowas. Ähm. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Wir müssen so ein Störsignal schicken, wo dann auf einmal irgendwelche Alien-Sounds einfach so auf einmal bei ihm ausgestrahlt werden. Vielleicht sogar, ähm, nicht von Aliens, sondern, weil ich finde, ich finde den Aspekt, dass man so, so eine Art Men in Black mit Introduce vielleicht gar nicht schlecht, dass man so eher Funk von denen empfängt. Ja. So, was ich meine? Weil dann kann es auch gesprochene Sachen sein. Statt Meatmob. Aber da habe ich das Gefühl, dass, du hörst ja nicht mal was von der normalen Regierung irgendwie zufällig über Radio. Das heißt, von Men in Black würdest du es noch weniger. Das reicht. Wenn überhaupt, bei Alien könnte das so vielleicht sein, weil die wissen doch gar nicht, was wie eine Technologie wir haben und zufällig senden die halt gerade auf dem, auf dem, auf der, ne? Der Frequenz. Auf der Frequenz. Stimmt, da hast du recht. Gute Einwand. Aber das mit dem, so, wir kommen am nächsten Tag, alles ist weg, das ist ziemlich nice. Ich glaube, man könnte auch noch ein paar Freunde von der Person engagieren, die alle unabhängig voneinander vielleicht Fotos von etwas in der Luft geschossen haben und das dann zum Beispiel seine Mom, bester Freund, random Schulkamerad von früher, so einfach in Storys posten. Hey, habt ihr das gesehen gestern? Oh ja, stimmt, 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 stimmt. Die eine oder andere enge Person, aber nicht zu viel, damit es nicht auffällig wird, so die wollen. Und dann ein, zwei so Personen, die so, oh, ich habe mit denen gar nichts zu tun, aber ich gucke vielleicht mal Story. Aber ja, wie schafft man es, dass die, der die Story findet? Wobei, wir fragen einfach alle Personen, die er folgt, so, guckt er seine Story? Guckt er seine Story? Man könnte es halt so introducen, dass man dann sagt, ey, yo, ich habe das auch in einer Story, also er erzählt dir davon. Ja. Und du zeigst so in so einer random Person einen anderen Story, weißt du? Ja. Mein Deutsch war gerade. In einer Story, in der Story einer anderen random Person. War trotzdem das Wort random mit drin. Okay. Ich denke mal, so nichts davon können wir jetzt noch tun, weil wir haben schon wieder alle Pläne verraten. Jeder weiß, dass wir das potenziell verraten. Aber nicht jeder unserer Kumpels hört den Podcast. Hört zu, ja, stimmt. Ja. Ja. Hat sich das... Zur Strafe. Wir finden einfach raus, wer hört unser Podcast nicht. Und deswegen, der wird dann an Aliens glauben. Würdest du Alien Food ausprobieren, wenn die... Wenn die es mir anbieten würden? Ja. Sagen wir mal, die haben so, die sind mit ihrer Kolonne gekommen und die haben halt so in ihrem Raumschiff so mindestens eine Kantine, wo halt alle essen. Mhm. Und weil die jetzt so auf Erde sind und so denken sie sich so, ja, okay, gut, können wir auch gleich ein Business daraus machen. Ah. Und wir bieten, so dann gibt es quasi so einen Foodtruck, so einen gigantischen Foodtruck. So einen Alien-Foodtruck? Ja. Okay, warte. Ich würde es probieren, aber nicht als Erster. Alle warten so, Sir, gehen Sie vor. Gehen Sie, gern. Aber stimmt, irgendwer muss sich einfach trauen, wenn wir das überhaupt so... Irgendwer müsste sich trauen, das zuerst zu essen. Also ich will zumindest sehen, ob das giftig ist oder ob man das überhaupt verdauen kann. Ob man sich nicht verwandelt in einen... Ich schätze mal Menschen, die zu Tode zum Beispiel verurteilt sind oder sowas. Die dürfen dann das leckerste Essen zuerst essen. Ja, ist klar. Was, wenn die uns sagen, das ist das leckerste Essen im Universum? Ich will das leckerste Essen als Erster. Ich will es als drittes. Ja. Drittes ist gut. Da hast du noch ein bisschen Zeit, ob der Erste noch abkratzt oder nicht. Wobei, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Vielleicht muss man es erst... Eigentlich muss man warten, bis es jemand einmal komplett verdaut hat und es dem immer noch gut geht. Aber selbst dann könnte es sowieso... Nachwirkungen haben, ne? All along ihr Plan gewesen. Ah. So, oh, ist todeslecker. Hier, testet an euren zu Tode Verurteilten und ihr seht, es geht. Passiert nix, ja. Und dann essen alle und so in einem Jahr auf einmal alle... Und die tun so richtig auf Best Friends. So richtig auf Best Friends. Vielleicht sogar drei, vier Jahre oder so. Fünf, sagen wir fünf. Die tun auf Best Friends. Haben Zeit so, dass... Und die bringen uns richtig viel Benefit damit, wie wir sie so richtig lieben. Und so, wir weihen denen alles ein, erklären denen alles, zeigen alles, wie alles funktioniert. Bei uns auf der Erde zumindest. So. Und dann kratzen wir alle gleichzeitig ab. Und die können sich... Das ist deren... Ich glaube, ich würde es so machen, statt so einfach... Hey, wir sind da. Hände hoch. Hey, wir sind da. Wir haben den besten Foodtruck. Sieht das Essen dann wenigstens lecker aus? Ich würde gerne ja sagen, aber ich glaube nein. Ah. Ja, dann vielleicht auch nicht. Es sei denn so, jeder sagt, oh mein Gott, das ist so lecker. Es sei denn, das ist voll verrückt, das ist so ein Essen, so ein Alien-Essen. Wenn du es isst, dann plötzlich kannst du deine Gliedmaßen nicht kontrollieren und deinen Mund nicht. Und du sagst zu anderen, Leute, das ist voll lecker. Oh, wie so ein Virus. Aber eigentlich schmeckt es überhaupt nicht. Scheiße, man. Jetzt habe ich richtig Angst vor Alien-Essen. Ich traue denen nicht mehr. Ne, das ist echt eine gute... Es ist einfach... Was willst du dann noch machen, wenn jeder Typ sagt, na, mir geht es richtig gut? Ja. Aber eigentlich stimmt es nicht. Das ist ein perfekter Verbrechen. Ich glaube, es wird ein paar von diesen racist Menschen geben, die so, I need no alien food. Was ich meine? Aber heimlich essen sie dann Alien-Döner. Ah, und dann haben sie es... Aber sie verteufeln die Aliens. Öffentlich. Ich hoffe, dass deren Food nicht giftig ist. Wobei es egal ist, ich werde es nicht probieren. Ach, du wirst es nicht probieren? Ja. Ich glaube, es gibt genug irdisches Essen, was lecker ist. Irisch? Irdisch. Ach, irdisch. Ja, beides. Irisches Essen habe ich noch nie gegessen. Auch nicht. War es das Bier, oder? Ne, das ist deutsches Essen. Aber es sind Iren... Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich dich frage, aber so... Irisches Essen sind so, glaube ich, Lucky Charms und so. Aber ich meine, so Essen trinken die mehr Bier als Germany. Also, wer ist die Bier-Nation? Ist es Germany, oder sind es die Iren? Das ist die eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Weil ich trinke nichts. Aber ich würde behaupten, dass es ein guter Kampf wird, wofür man viel Geld bezahlen würde. Ja. So Bier-Gladiatoren zwischen Deutschen und Iren. Was auch immer das heißt. Ja, ich glaube, das wäre das Weltfinale. Ja. Gibt es, zum guten Abschluss, gibt es in Amerika tatsächlich Wrestler vs. Robot? Robot vs. Wrestlers? Ja. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Okay. Aber weißt du... Falls ja, sollten wir echt mal zusammen hingehen. Also, ich hätte auf jeden Fall auch Bock. Zumindest gibt es auf jeden Fall Roboter gegen Roboter. Das habe ich schon mal gesehen. Und das ist übertrieben cool. Auf Netflix, ne? Achso, echt? Ich dachte, du weinst in real life. Achso. Ne, es gibt auch eine Serie. Ah, okay. Ne, ich will bei einem Kampf dabei sein. Klar habe ich Videos schon gesehen. Ne, ne, ne. Ja, ja. Ja, okay. Weißt du, was es in Amerika aber nicht gibt? Was? Mezzomix. Keinerlei Version davon? Ne. In Amerika, willst du mir sagen, ist kein Mensch auf die Idee gekommen, hm. Also, bestimmt ist jemand schon mal auf die Idee gekommen, beide Getränke zu mischen. Aber es gibt kein Getränk, das so verkauft wird. Ja, aber das Problem ist an deiner Story, der Moment, wo man Fanta und Cola mischt, ist es ein Geschmackserlebnis, wo du gar nicht anders kannst, als es allen zu erzählen und es zu verkaufen. Also, ich muss zugeben, vielleicht ist mein Gaumen sehr amerikanisch, aber ich war jetzt noch nie der größte Mezzomix-Fan der Welt. Nein, nein. Ganz kurz nur, ne. Mezzomix ist lecker. Okay. Aber ich war jetzt noch nie so, ah, es gibt Cola, Fanta und Mezzomix hier. Ich trinke mal Mezzomix. So ist es nicht so. Verstehe. Ich bin eher so Fanta oder Cola. Okay. Ja. Ne, Mann, Mann. Mezzomix war meine Nummer eins. Krass. Oder, ich weiß nicht, ob... Ich habe noch nie Mezzomix trinken sehen. Ja, guck mal, weil die Geschichte ist so. Da gibt es eine Geschichte zu? Da gibt es eine kleine Geschichte, ja. Früher habe ich auf jeden Fall Cola als erstes geliebt. Ich weiß. Weil es gab so, ne, als Kind so gab es so, voll schlimm, Mann, die kriegen dich als Kind so. In Iran gab es die immer so, habe ich die immer so eine Glasflasche, originale Coke. Das war immer das Beste. Aber schon sehr früh habe ich, wenn es Cola und Fanta gab, bevor ich Mezzomix kannte, haben wir das halt immer gemischt. Ich dachte, jeder hat das immer gemacht. Und dann so, als wir nach Deutschland gezogen sind, habe ich gesehen, es gibt Spezi. Das, was wir immer gemischt haben, gab es schon so als Getränk. Und ich fand das richtig geil. Stimmt, Spezi heißt das eigentlich, das Getränk, ne? Genau, genau. Und Mezzomix ist bloß die Marke. Genau. Und dann als Mezzomix rauskam, habe ich eigentlich so, das habe ich am meisten gefeiert. Aber irgendwann habe ich aufgehört, normale Cola zu trinken mit Zucker, sondern hier die Zero-Version zum Beispiel. Und die schmeckt bei Cola am besten, also irgendwie Mezzomix auf Zero schmeckt nicht so geil. Ah, habe ich auch noch nie getrunken. Und deswegen habe ich dann irgendwann einfach so, ja, okay, Cola. Und das ist jetzt die Mezzomix-Story. Krass. Danke. Okay, danke, gerne. Ich glaube, die Leute zu Hause waren, oder zu Hause, die Leute, die am Zuhören sind, sind so richtig so, huh, huh. Zum Glück hat er die Mezzomix-Story. Deswegen trägt er keinen Mezzomix mehr? Hä? Warte mal. Hä? Wie? Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe voll lange kein Mezzomix mehr getrunken. Vielleicht ist es auch... Scheiße. Vielleicht muss ich es mal wieder probieren. Hm? Mhm. Ey, aber last but not least, weißt du, was zurzeit mein Lieblingsgetränk ist? Warte. Dr. Pepper? Das war schon immer ein guter Favorit von mir. Also auch mein... Aber zurzeit fahre ich richtig krass darauf ab. Es gibt einen Eistee. Fusedee? Das ist auch lecker. Okay. Aber wirklich der, der so, meiner Meinung nach gerade so... Der beste Eistee. Wirklich der beste Eistee, den ich so wirklich getrunken habe seit jemals. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt der Tee? Bestie? Elephant Bay. Elephant Bay? Ja. Wo gibt es das? Es gibt es in relativ vielen Läden. Also auch Rewe-mäßig? Ja. Elephant Bay? Mhm. Das sind so Glasflaschen. Gibt so Watermelon, das riecht nice. Okay. Dann gibt es so... Was gibt es noch alles? Traube gibt es noch? Es gibt also so Weintraube-mäßig. Gibt es so verschiedene? Really good. Das war es eigentlich schon. Es gibt verschiedene? Really good. Also... Welche Sorte empfiehlst du? Also Watermelon ist schon nice. Okay. Eiskalt, aber trinken. Elephant Bay, okay. Ja, man. Die sind wirklich krass. Also Elephant Bay. Sponsert mich, bitte. Hey, sponsert uns, nachdem ich das auch getrunken habe. Ach so, ja, ja. Nee, aber die sind echt lecker. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Ordinary noch nicht gestreamt haben solltet, dann ist jetzt die Zeit gekommen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Erfolgt uns natürlich aber auch gerne hier auf diesem Podcast. Ihr könnt entweder auf Streaming-Diensten folgen oder uns hier auf dem YouTube-Kanal. By the way, auch 200.000 Abonnenten auf YouTube. Ey, wir sind so slow. Wir sind so slow. Ey, vielen, vielen Dank. Ja. Much love, much appreciation, much alien stories und ISD-Empfehlungen. More to come. More to come. Nur das eigentlich ganz Gute für euch. Ganz genau. Ist so cool. Ist so cool. Ist einfach voll cool, dass ihr dabei seid. Wissen wir zu schätzen. Wir geben uns weiterhin Mühe natürlich. Und ansonsten würden wir sagen, How to reason. Peace. And good night, San Francisco. Let's go.